Okay, los geht's. Klara Zacher. Irgendwelche Ideen hierzu? Ich werde meine Tasche als Köder benutzen. Sie verstecken sich und lernen dazu. Na los. Und los. Mach schon. Dann warte mal. Die Kugel ist für dich. Hier ist dein Ticket in die Hölle. Schlau, hm? Das war besser als alle. Schneller als der Tod. Gehen wir rüber. Auf der Klippe ist ein Ausguck. Ich werde ihn von hier aus erledigen. Das will ich sehen. Bin unterwegs. Scheißbefehle. Kommt nur. Das Messer reicht. Wer will schon kurz und schmerzlos? Wir werden dieses Baby komplett ausräumen. Wer zum Teufel soll schon hier entlang kommen? Sollen wir? Verdammte David Company. Die Jungs haben ihre Freude am Plündern. Noch ein Zug für uns. Hehehe. Es ist eine echte Schande, dass ich jemanden schieben muss. Big M hat's mal wieder geschafft. Ich hab' jede Menge davon. Kopf ohne Zahl. Ganz alter Trick. Ist noch nicht so weit. Die Jungs haben ihre Freude am Plündern. Wechselgeld gefällig. Verdammte David Company. Ben unterwegs. Wir werden dieses Baby komplett ausräumen. Noch ein paar Sekunden. Es ist eine echte Schande, dass ich hier Waffe schieben muss. Das Messer reicht. Wer hat Lust zu sterben? Big M hat's mal wieder geschafft. Gleich geht's rund. Jetzt wird's laut. Kein Problem. Holt den Toten vorbei. Auf Verschärkung. Das ist unfair. Rauchen, du Feigländer. Vor uns könnt ihr euch nicht verstecken. Auswärmen. Wir müssen sie ausräumen. Wir sind benötigt. Bekommt die Versacht. Aufwärmen. Verdammte Mistwärme. Dankbar. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts, Mr. McCoy. Ja, gut. Gut. Spart mir eine Kugel. Sollen wir. Auf nach oben. Die Zeiten des Kletterns liegen hinter mir, Mr. Cooper. Naja, wir finden schon eine Lösung. Ich hoffe, Sie kommen mit der Strickleiter klar, Mr. McCoy. Dr. McCoy, wenn ich bitten darf. Aber sicher. Doch nicht da entlang. Und los. Klarer Sache. Typisch Banditen. Genau mein Gedanke. Halten wir Abstand. Verstanden. Das schaffe ich allein. Vielen Dank. Dachte ich mir schon. Hände ruhig. Was glaubst du wieder, dass wir noch haben? Es ist keiner gekommen, also können wir uns Zeit lassen. Ha. Klasse. Vorsicht. Seine Freundin wird merken, dass er nicht auf seinem Posten ist. Oh, die schießen nicht daneben. Du sollst nicht gern sein. Scheiße. Scheiße. Hey. 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 Da ist ein Schafschiff. Ich bin ein Schafschiff. Ich bin ein Schafschiff. Ich bin ein Schafschiff. Bis zum nächsten Mal.